Moment, funktioniert das vielleicht eh? Warte, äh... Nee, ach was draufwerfen oder was? Aber der weiß doch gar nicht, dass es von dir kommt. Verdammt, es liegt drauf! Hallo liebe Michael Flair und herzlich willkommen hier zu einer Adventure Map hier auf TheMineNest07. Ja, mit dabei der Nico, der Marcel und Yassi. Hallöchen! Ja, wir haben das Ganze schon einmal aufgenommen, deshalb nicht wundern, wenn wir hier ein bisschen noch was kennen. Wir spielen heute die Adventure Map Das Dorf, eingesendet von Bucket29, großen Dank dafür. Von ihnen kam auch schon die Tunnel Adventure Map und wir schauen mal, was uns heute erwartet und legen auch gleich mal los. Ich würde sagen, ich lese mal einfach vor hier, Checkpoint, bitte unbedingt drücken. Soll ich das mal machen oder hast du das schon gemacht? Drück einfach mal drauf. Ich drück mal auf, ja, hat alles geklappt. Und die Spielregeln sind, keine eigenen Checkpoints setzen, nur die vorgegebenen Checkpoints benutzen, keine Blöcke abbauen, außer es wird erwünscht. Keine Cheats und Tipp, gucke in jede Ecke und baume nach. Ja, und Ziel ist, erste Aufgabe, finde die Hebel und schnacke das Kotschloss im Keller. Viel Spaß und Erfolg! Okay. Ja, ich kenne mich jetzt schon ganz bisschen hier aus. Ich weiß zum Beispiel, dass im Ofen hier ein ganz kleiner Schneider ist, den du wahrscheinlich auch grad holen wolltest. Ich mach dir mal den Kühlschrank auf hier. Moment, warte, so. Ich nehme jetzt einfach mal alles aus dem Kühlschrank mal raus. So, ich habe jetzt ja auch noch nebenbei ein paar technische Probleme, da ich gerade mit meinem Java, also es ist fürchterlich. Hinweis, wenn ihr stirbt, behaltet ihr alle Sachen, die im Inventar sind gespeichert. Ja, das ist doch ganz gut. Und mal gucken, ob hier noch ein Schalter ist. Und zwar von meiner Seite aus, dass mein Internet ein bisschen laggy ist, aber... Also mit technischen Problemen geht es hier los, aber wir werden das schaffen hier in der Adventure-Web. Ich habe den Code für die Tür. Ach ja, den Tür-Code und ich habe noch einen Schalter, ich habe schon zwei Schalter. Wie sieht es bei euch aus mit Schalter? Gar keinen. Habt ihr schon noch einen? Ah, hier, hier ist eine Rüstung. Guck mal, hier, die ist für zwei Spiele ausgelegt, die Map, deshalb nicht wundern. Und für Yassi bringe ich mal gleich noch eine Hose vorbei. Yassi? Yay, ich bin da bei diesem Keller mit den ganzen Kisten. Ah ja, da müssen wir auch noch mal durchgucken, da komme ich auch gerade mal runter. Ich ziehe jetzt trotzdem hier schon mal einen Hebel. Zack. Zwei, drei, drei Hebel habe ich jetzt auf jeden Fall. Warte, hier, hier noch eine Hose geliefert und dann zieht das Schaf auch gerade mal seinen Brustpatz. Dankeschön. Also ich habe noch Helm und Schuhe. Ah, ich habe hier gleich einen Schalter gefunden, Glücksgriff. Oh, Dankeschön. Schön. Ist hier noch irgendwas? Dann gibt es schon mal den ganzen Hebel. Ja, reichen nicht vier Stück. Ich bin mir ganz unsicher. Ich bin mir ganz unsicher. Ich weiß es nicht. Ich kenne mich ja hier auch gar nicht irgendwie in diesem Map irgendwie aus. Nein, ich auch nicht. Ich weiß auch nicht, was jetzt gleich kommt. Da oben ist ja Bauchhebel. Schade, aber wir hatten Aufnahmeprobleme und ich habe kein Essen mehr. Wir spielen also im... Ich habe, ich habe... Echt? Oh, super duper duper. Kannst du mir welches geben? Nö. Nö, das finde ich jetzt traurig. Moment. Wir brauchen noch zwei Hebel. Ja, ich habe noch zwei. Ah, perfekt. Perfektamente. Jetzt brauche ich hier ein bisschen Essen. Essen. Ach ja. Das ist jetzt nämlich erstmal die Code-Umlegeaufgabe. Fische. Fische. Direkt aus deinem Mund wieder raus. Das ist natürlich sehr appetitlich. Ja, die brauchst du auch was? Ja. Okay, warte hier. Dann kommen hier noch zwei Fische. Oh, jetzt habe ich keinen mehr. Alles egal. Läuft. Oh, du hast das... Oh, hast das... Was? Oh, hast das Schloss gek... Was? Wie ist denn das geschrieben? Oh, hast das Schloss geknackt? Hast du nicht irgendwie... Oh, du hast das Schloss geknackt? So, und jetzt gehe ich auf die Druckplatte. Auf die Truckplatte. Ganz links. Ja, wir sind Trucker. Okay, wir sind Trucker. Und ich bin wieder da. Ja, okay. Ach so. Was ist hier die Aufgabe? Steht hier irgendwas? Nö. Ich gucke mal die Kisten. Da wird bestimmt irgendwas ganz tolles für uns sein. Ja. Aber bisher noch nicht so... Also hier ist ein Ausgang. Ein paar Schallplatten. Schallplatten. Oh, komm. Die Musik, die müssen wir mal reinlegen. Übrigens, da kann ich gleich mal... Eine Neuerung von 1.7 ist übrigens, dass die Platten jetzt unendlich spielen. Mhm. So. Oh, guck mal. Hier ist wieder die Sitzliege. Komm, wir setzen uns da auch mal hin. Einmal den Ausblick genießen. Das muss ja mal sein. Da würde ich mal sagen. Schöne Ausblick. Der Ausblick ist einfach atemberaubend hier. Oh, das ist schön. Das ist schön. Man glaubt es nicht. Und du sitzt in der Liege drin. Aber wir... Na gut, aber ein Screenshot hatte ich da auch schon mal gemacht. Also... So. Und hier ist der Ausgang. Hier geht's rein unter die beiden gefährlichen Knöpfe. Ne, nicht Knöpfe. Köpfe. Download-Link ist in der Beschreibung. Da gab es jetzt also in den letzten paar Tagen etwas kleinere Probleme, aber... Ja. Wie zum Beispiel beim LPT-Ende? Hat ja jemand vielleicht den Link nicht gleich rein. Ich hab dir gesagt, du sollst die Beschreibung machen. Wurde die Beschreibung von dir gemacht? Nein. Also... Ich sollte die Beschreibung von LPT machen? Echt jetzt? Ja. Habe ich dich nicht gefragt, ob du die machen kannst? Okay. Das hab ich nun gar nicht mitgekriegt. Ne, ne. Alles in Ordnung. Also ich hab jetzt aber auch schon vier Tränke gefunden. Und wir müssen wieder hier in die Bäume gucken, denn hier gibt's oben und unten in den Bäumen manchmal auch so ein paar tolle Sachen. Ah, hier geht's rein. Hier sieht's nach Kiste aus. Kiste? Ja, und ich hab vorhin schon Diamantschwert gefunden. Oh! Bottle of Enchantic. Ich kann mich an die Kiste vom letzten Mal gar nicht erinnern. 10 Bottle of Enchantic und zwei Goldene Äpfel. Das ist aber auch echt schon eine Zeit lang her, ne? Zwei Goldene Äpfel habe ich auch. Also, falls hier... Ja, ich hab einen. Ich hab einen und... Beim epischen PvP-Kampf bin ich nutzlos mit meinem Leggy Minecraft aktuell. So. Okay. Ich kann... Ich werfe mal experience, dann klau ich mir jetzt mal alle experience. Und ich bin so dreist. Und... Drei Level. Irgendwie ist das nicht... Boah! Da... Da laufen sie alle zu mir, ne? Dann... Dann mag man... Aufgepasst! Sammelt ab hier Diamanten. Mal gucken, wie viele ihr findet. Am Ende der Map steht, wie viele es gab. Okay. Okidoki. Würde ich mal sagen. Los geht der Peter. Und dann hier rein. Und wer drin ist... Hier ist nichts. Hier ist auch nichts. Ja, das ist wirklich hier ganz verschanzt in den Bäumen. Jetzt bin ich gerade hier oben die Leiter hoch. Da braucht ihr nicht mehr hoch. Und da gibt's ne Kiste. Mit einem Diamanten. Und... 16 Rose Chicken. Also... Wir haben schon mal ein bisschen Essen. Das ist eigentlich auch das Wichtigste. Und noch ne Kiste. Die leer ist. Oh, hab die schon gelootet. Also nein. Also ich finde... Oder was weiß ich... Ist hier noch was? Ja. Also vier Diamanten, oder? Ne. Oh, ich hab noch ein Diamantschwert. Ich hab noch ein Diamantschwert. Oh, das ist perfekt. Dann wegpacken. Ja. Also ich hab auch ein paar Tränke, ne? Okay. Aber der Apfel ist ja auch so was wie ein Trank hier. Der sieht ja auch schon sehr verzaubert aus. Ja. Alles klar. Ja. Gut, dann würde ich mal sagen. Weiter geht's. Durch die Tür. Und raus und durch. Und jetzt sind wir im Dorf. Genau. Immer noch hier. Das ist alles von Windelchem bevölkert. Und hier wohnt Hugo 3010. Ach, ja. Ich ziehe ein. Ich ziehe ein. Ich bin jetzt eingezogen. So. Ich esse hier mal was für einen leckeren Kuchen. Einfach mal weg. Nein, der Kiste gibt's gar nichts hier. Und ich esse auch gerade mal mein Geburtstagskuchen hier. So. Also ich würde sagen, alle Türen, die offen sind, da waren wir dann schon drin, ne? So. Lassen wir auch die Tür offen. Bei mir ist also nicht viel los. So. Die Map ist natürlich jetzt ein bisschen auf uns ausgelegt. In deinem Zimmer warst du noch nicht drin. Ja, dann gehe ich halt rein. Dann geht er raus. Oh. Nein. Oh, Mann. Jetzt hittet der mich hier schon wieder. Hier. Guck. Im Ofen war ein Diamant. Ich habe mir nämlich Diamanten gebraten. Geht irgendwie, oder? Ich weiß ja nicht. Irgendwie mit ganz viel Hitze und Druck. Ja, ja. Also. Irgendwie. In der realen Welt. Na, guck. Es sind Industriediamanten, ne? Das geht ja. Oh, jetzt sind hier. Hier wohnt Herr Clausen und Verdachsen. Heißt du zufälligerweise Clausen oder Dachsen, Yassi? Ne, ne. Schade. Sonst wird das jetzt deinem. Zufällig. Restaurant der Reichen. Willkommen und guten Appetit. Oh, süß. Oh, wir haben nur ein Diamant. Ob wir das bezahlen können? Ich hab drei. Ich hab drei. Oh, ich hab nur einen. Du, ich glaub ich kann das gar nicht bezahlen. Ich trau mich ja lieber schnell hier raus. So, Tür lassen wir offen. Ich laufe hier nochmal irgendwie einmal komplett um das ganze Arsenal herum. Hm. Vielleicht finden wir da noch was. Aber ich glaub sonst haben wir das Dorf auch ganz schön ausgekundschaftet hier. Aber hier geht's raum. Was? Sag mal. Was? Ich guck grad hier aus meinem Fenster, ne? Ja. Also aus meinem lustigen Fenster und so. Und, und da fliegt plötzlich so ein Vogel im Sturzflug fast hier gegen. Der hat kurz, der ist auch gebremst. Bei mir waren vor ein paar Tagen richtig viele... Bei mir war vor ein paar Tagen richtig viele Vögel. Also so ein riesiger Vogelschwamm. Warte mal kurz. Hä? Hä? Bei mir ist ein Vogel gegen die Scheibe geflogen. So. Muss ich nachher mal gucken. Oh. Oh, ja gut. Also kleiner Unfall. Kleiner Unfall hier am Rande. Springt hier runter. Es wird dir mit nichts passieren. Ah, Mann! Jetzt hittet er mich auch noch. Weißt du? Nächste. Ich komm. Und jetzt, ja, schlagen wir den mal, ne? Checkpoint würde ich dazu mal sagen. Checkpoint. Checkpoint. So. Und jetzt kurz Leggen ausstellen. Und hüpf und hüpf. Und das war nichts. Und das war sehr, sehr kreativ. Und jetzt sind wir wieder hier im Jump and Run. Oh. Nein. Schade, dass der goldene Apfel nicht auch so ein bisschen Speedboost gibt. Ah, ich bin... Das ging leicht. Ja, also dieses... Ja, jetzt Checkpoint. Der nächste. Und wir haben alle unseren Checkpoint jetzt hier. Genau. Und wir sollen uns ja keine eigenen setzen. Also nutzen wir wirklich nur die Vorgefertigen. Wir versuchen das mal. Und ich bin mir ganz sicher, wir schaffen das. Aber da oben haben wir so eine Stelle, ne? Die ist ja nicht so schön. Ja. Genau. Leider. Zack. Hier wäre irgendwie noch ein Checkpoint ganz schön. Wo ich hier gerade stehe. So vor diesem... Leiterturm. Ja, vor diesem miesen Turm. Der ist wirklich mies. Ihr werdet es gleich sehen. Übrigens diesmal ohne meine Sicht und ohne jegliche Facecamere. Full Sonic-Filter. Oben diese Leiter. Also ich bin ja der Meinung, dass oben die Leiter ja wirklich... Das hat mir doch geendet, oder? Weil das nicht ging. Ja, wir wissen jetzt halt schon ein bisschen. Was tut uns leid jetzt an den Zuschauer, die jetzt noch nichts wissen. Nein! Aber ich bin... Ich trottel! Ich bin hier rüber gesprungen zurück auf den Anfang. Also ich bin wirklich der Meinung und es funktioniert auch nicht. Das hatten wir beim letzten Mal sehr häufig ausprobiert. So. Kein gescheatet. Also nicht so wirklich gescheatet. Nein! Es funktioniert einfach um die einen Leiter, die ist einfach zu viel. Man würde es vielleicht... Also man schafft es einfach nicht, weil oben... Na super. Die ganz oberste Leiter ist da oben nämlich viel zu viel. Und dadurch kann man oben auf der Leiter nämlich nicht stehen. So. Das ist total problematisch. Die haben das Gefühl, das geht nicht. Aber es geht bestimmt irgendwie. Wir sind nur zu umpo-haft wie immer, ne? Also... Ich würde sagen trotzdem, es geht nicht. Wobei, Profi ist mein dritter Vorname, ne? Ja. Nein! Nico Profi Hugo. Oh, na super. Jetzt packe ich selbst die einfachsten Sprünge nicht mehr. Puh. Aber killen dürfen wir uns auch nicht. Außer wir sterben halt durch Fallschaden, ne? Damit wir hier wirklich alle Regeln beachten. Ja! Ja! Nein! Boah! Nein! Ich bin rum und dann... Naja. Das war wieder gar nichts. Boah. Hüpf, hüpf und nochmals hüpf. So. Jetzt essen wir hier was essen. So. Falls ihr Hunger habt, ich habe noch elf Fische und acht Brote. Übrigens, dieses Video kommt wahrscheinlich am Sonnabend. Da können wir gerade mal anteasern. Am Sonntag kommt ein weiterer Wermindes-Vlog. Kannst du schon mal die Themen vielleicht sagen? Damit die Leute auch gespannt sind, wenn ihr möchtet, ne? Äh, ja. Es wären ein paar Kommentare. Oh, ich bin da. Ich bin durch. Oh, ja, ja. Ich habe noch ein Leben. Du bist durch, du bist durch. Oh. Es werden ein paar Kommentare beantwortet. Was wird dann noch gemacht? Zum LPT-Ende, ne? Genau. Ähm, da und auch so jetzt so zu den neuen Format... Ich weiß nicht. Es ist ja kein Format, ne? Es ist nicht so richtig im Format, ne? Ich weiß nicht, wie ich das sonst immer nennen soll. Weil es ist kein richtiges Projekt, aber irgendwie... Es ist doch ein Format. Guck mal, es ist ein PvP-Format. Ja, wir machen hier gerade richtig doll PvP-Action, ne? Könntes mal machen, ne? Wenn ich jetzt da bin, dann haust du mich bestimmt. Ich weiß, ne? Ich will einfach jetzt mal so ein bisschen umherfliegen, ne? Nein! Ah, puh. Genau davor, ne? Diese Ecke. Jetzt bezwinge ich die Ecke. Jetzt bezwinge ich sie ganz sicher. Und rum und rum, hoch, hoch! Ja, sehr gut, sehr gut. Ja! Ja! Nein! Gut, ne gut, dann warte da mal. Dann warte da mal. Du kannst dich auch in Game-Mode begeben. Eine Action hier gerade. Nur, dass wir dann hier schöne Aufnahmen bekommen. Na klar. Also, da will nur ein bisschen auf Kommentare eingehen, die so zu LBT Ende gekommen sind. Auch auf andere Kommentare. Vorschläge. USW, USW. Manche sprechen ja auch solche Abkürzungen, ne? So ETC und so. Ich würde die nur schreiben. Nein! Komm nicht über diese Ecke da. Die ist mies, ne? Da muss man so raus und gleichzeitig wieder rein und dabei eine, ja, Balletteinlage einlegen und, naja. Dann noch einen kleinen Spagat auch nochmal hinlegen. Na klar! Und wenn das noch nicht gebracht hat, dann muss man noch den Sonnengruß in Yoga machen, ne? Was? Ja, das ist eine Übung. Nein! Sonnengruß heißt die. Gott. Ich kenn mich aus. Ne, meine Mutter hat das gemacht. Genau. So. Äh. Außerdem Thema Uflash News. Könnt ihr auch jetzt schon gerne vorbeischauen. Ich weiß. Also einfach auch ein bisschen über unsere Zweitkanäle. Gelaber, gelaber, gelaber. Ja. Gelaber, gelaber, gelaber. Also schaltet morgen einmal bei Meiner's Vlog. Richtig. Live-Format mit Kameraden und so. Aber diesmal noch ein bisschen besser vom Greenscreen her und so. Da habe ich mir was überlegt. David. Nein! Und tschüss. Das ist ärgerlich hier gerade. So. Vielleicht machen wir einen ganz kleinen Cut, bis wir hier weiterkommen. Ja. Aber, ja. So. Gucken wir mal. So. Du springst und jetzt noch ein Sprung und noch ein Sprung und jetzt wird das was. Rauf und jetzt oben. Obendrauf stehen und irgendwie so rum. Schön weit nach außen. Nein! Aus dem Schiff musst du da raus. Ja. Und du springst, musst du... Wenn du springst, musst du... Zwischen den beiden Leitern irgendwie, ne? Wir haben jetzt gut redet. Wir haben das jetzt einmal geschafft, ne? Na, es geht. Ne. Sonst würde ich sagen, machen wir es jetzt so wie bei GTA noch einen Versuch und dann... Ja. Ja. Hm. Aus Versehen irgendeine Taste gedrückt. Das. Genau da. Gut. Dann ist das jetzt dann der letzte Versuch quasi. So. Dann haben wir jetzt dann doch keinen Cut reingemacht. Und... Ja. Alle betrachten ja sie, wie sie hüpft und wie sie springt und... Ein bisschen unter Druck. Ja. Sie ist... Sie unter Druck. Sie muss es jetzt schaffen. Jetzt oder nie. Jetzt oder... Genau. Und jetzt aus dem Schiff raus. Jetzt aus dem Schiff raus. Nein. Okay, geht das zum Thema aus dem Schiff raus. Mann, wie dämlich. So, Moment. Ich, ähm... Gebe... Tomat. Du? Ach, Mann. Wieso geht das nicht? Bist du irgendwie dumm, Nico? Jetzt mal ganz ohne Mist. Ich... 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 Ich hab's ganz geschafft. Oh, Nico. Ein bisschen trollen muss sein. Das ist doch lustig. Ich finde das auf jeden Fall sehr amüsant. So. Smash. Game Mode. Aber das kriegt bestimmt irgendwann heimgezahlt. Ganz sicher kriegt das heimgezahlt. Und vor allem du bist man wieder der Einzelne mit... Nein! Lass es! Nein! Ich hab nur noch ein halbes Herz. Nein! Oh, Mann! Oh, Nico, bist du echt gestorben? Ja, bin ich. Und ich weiß auch... Dann tippel dich jetzt mal zu mir. Ja! Warte, ich... Ich versuch's noch einmal hier. Wir haben ja Zeit. Wir haben ja Zeit. Ach, jetzt haben wir Zeit, ne? Ich hab's geschafft. Game Mode Survival Songbox 07. So. Das geht. Ja, weißt du, da hat der hier schon wieder... Und dann Creative Modus, ne? Pussy Mode, würde ich mal dazu sagen, ne? Klar. Immer. Klarer Fall. Klar. Guck mal. So macht's... Nein! Sag mal! Nico, tippel dich einfach. Ich war da oben drauf. So, jetzt portet mich. Jetzt mach ich's nicht nochmal. Oh, du hast auch wohl auch OP-Rechte. TP. Nö, ich hab keine Lust mehr jetzt hier. Voll gemein. So. Ich würde sagen, ähm, ich geh auf diese Seite. Yassi geht auf die andere und ich bin Spectator. Genau. Also wenn das so okay ist und dann spectate ich mal, dann ist es eigentlich halt mehr jetzt gerade auf zwei Leute eingelegt. Ja, aber das ist eigentlich überhaupt nicht schlimm. So, jetzt ist das so ne kleine Art abwechselnde Jump and Run Übung hier. So, Yassi springt und Marcel kann jetzt... Aber Stufen. Ich würde von nem oberen Stufen immer abspringen. Halt, warte, warte, warte. Bei mir ist da noch ne Kiste. Bei Yassi kommt auch gleich eine. Und ich muss ganz so aufpassen, dass ich Yassi nicht Jessi nenne, weil das ist völlig falsch. Kennt ihr vielleicht aus dem Livestream, wenn ihr da Zuschauer seid. So. Und jetzt? Das sieht doch gut aus bei euch hier. Mann, Mann, Mann. Du bist von der Dingsbums runtergegangen. Oh. Und? Wapp, wapp. Okay. Ja, was hältst du euch? Was hältst du euch? Und da gibt's noch ne Kiste? Ist da Fire Resistance drin? Nein! Warte. Warte. Yassi, dann komm mal zu mir. Yassi, bleib mal hier. Ne, warte. Also der, der jetzt wirklich komplett durch... Ja, toll. Jetzt darf ich auch nochmal... Bleib mal da stehen. Ja, wie denn? Yassi wär jetzt hier gesprungen und ich wär mitgesprungen. Und du wärst da hinten stehen geblieben. Ach so. Ja, es ist egal. Ist egal. Ich würd's auch einmal versuchen. Warte, dann erstmal hier ein, ähm... Feuerresistenztrank. Oh, ja. Dankeschön. Den kriegen wir jetzt gleich ein bisschen verfrüht. So. Wo ist er denn? Und warum bin ich im Creator von? Und den würd ich erst am besten dann nehmen. So, ich geh mal wieder rüber. Ähm. Erst dann nehmen, wenn mein kurzer Vor ist, ne? Würde ich. Ja, ja, klar. Der dauert sonst, oder? Und Yassi, mach den Anfang hier gerade, damit ich meinen Sprung absolvieren kann. Und hüpf! Und hüpf! Und ich stehe hier. Und hüpf! Und hüpf! Und Marcel im Spectator-Modus. Nanu, die Stiefel? Ach da sind die Stöööööööööööööööönä… Ja, Nico. Das ist zum Thema, ne? Sami. Das ist... Das ist... die versuchen wir wir probieren. Einmal noch. Einmal noch. Einer geht noch! Och, ja. So. Ich habe jetzt den immensen Leckmachen. Nein! Ah, Schaad! foto€, das geht noch. Ja, ja. Guck mal, es ist noch ausgefahren für dich. Ist ja alles richtig. So, kannst du gleich weiter. Ah, solche Tiere sind cool. So richtig cool finde ich Und nochmals und jetzt ist es gleich wieder meine chance Und zwar jetzt und dann wieder jetzt nein Ich glaube es nicht Du musst auf die stufen komplett drauf gehen also dass du Obst die dauert in den creative modus ist jetzt ender und survival und jetzt kommt keine ahnung wieso na ist egal Jetzt du Und noch einmal und jetzt kommt beweise ich wieder meine und du musst ja jetzt einmal komplett auf die oberste stufe rauf gehen und dann Sehr gut ja jetzt bist du wieder dran jetzt normalisieren indem ich auf den boden gucke oder klust du bist ja auch nicht gerade förderlich Aber ich mache mal ganz kurz ich bin ganz selten so ach die vor texte pack das ist die lösung auf alle probleme Sieht voll hässlich aus ich bin gerade an default gegangen und das finde ich nicht ich finde das default eigentlich sogar Ja aber nein vor dem letzten Soll ich durch springen nico Ja gut dann gib mir den trank einmal dann am anfang ja trank trank kommt hier ganz am anfang ganz am anfang ich werfe den am ende hin ich bin eh wieder Ne jetzt ist ja kein wurftrank Ne ich geb dir den äh hier ich geb den jetzt ins inventar Einfach ins inventar gut dann wollen wir jetzt einmal noch mal probieren Next try hier bei der adventure web das dorf das dorf haben wir jetzt gesehen ne ich glaube das war das dorf und dass es so ein bisschen ging Schade dass es keine so richtige story gibt das story ist ja auch mal ganz interessant aber es ist halt auch schwer hier eine story reinzubauen ne Ich finde aber bei also eine kleine story eigentlich hier war jetzt keine story ja dabei aber ich finde es nicht schlimm dass keine story gerade Mann Blöde aber dann werden wir am Ende noch ein bisschen was zu sagen so jetzt werden wir hier nicht noch Jahre an dieser aufgabe festhängen sondern jetzt das schaffen In dem jetzt dass sie und danach auch gleich mal selbst im marcel seine skills beweist So höh 5 und aus der kiste haben schon alles rausklappaut hat und ja sie ist am start ich kommentiere gerade mal weil ich in der ja Over pro ansicht bin von oben Und was er hilft und was er hilft und jetzt wird spannend wenn jetzt nichts mehr schief muss ja du bist ein weiter ach so ich frage mich gerade Helm muss ich jetzt irgendwo aufgehen so jetzt wird es ein schwerer sprung Ja ja das sieht doch gut aus okay dann würde ich sagen schlürfen wir jetzt mal diesen trank Ich wünsche euch ja und dann kann ich nicht sagen die halt wartet der kommentiert Das geht ja hier runter Hast du die johle 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 Was Kiste Welche kiste Jassi kommt nicht an die Kiste ran Die habe ich ganz am anfang schon genommen Jassi lauf einfach durch du schaffst das schon Bis jetzt könnt ihr zwölf diamanten gefunden haben ich habe ein So das war die team aufgabe ich habe fünf Sechs das sehen ein irgendwo übersehen ein haben wir das ist aber schon nicht schlecht ich glaube das ist besser als vorher oder klar um weiter zu Gehen gehe auf die drückplatte Okay Hier geht es runter 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 Tröppchen ich finde das gut ist man treppen zu schnell und jetzt kommt der Irrgarten mit zehn diamanten Ich dachte gerade wenn die kiste aber das war nur eine kleine lichtback und erregen ich mache mal gerade den regen aus der verursacht man ja auch Kommt mal ein massig lex So jetzt ein kleiner irrgarten hier findest du zehn diamanten Da ist der ausgang da hinten und ich will sagen los geht's los geht er der peter Ich will mal irgendwie ohne plan reinlaufen und wir wollen natürlich auch die zehn diamanten haben ich folge gerade noch mal Ja sie viele optionen gab es hier noch nicht und jetzt ist ja sie umgedreht Also ich bin gleich in deine sackgasse reingelaufen Oh 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 Ich habe schon mal einen diamanten Oh das ist gut das ist gut ich versuche auch mal gerade noch welche zu finden hier rein hier rum und hier rechts und hier links und hier wieder rechts Oh aber so ein stell dir mal so ein irrgarten in der wirklichkeit vor es gibt ja dieses bei uns dann dieses eislabyrinth ne Manchmal ich war da aber noch nie drin ist das was ja ist das ist das gut da drin oder ist das einfach oder ja naja also Es ist in überleg dir mal wenn so dunkelheit ist ich ich habe ja die harry potter filme alle geguckt ne also das ist ja war ich großer fan von Eigentlich lese ich die auch immer noch manchmal aber eigentlich nicht mehr oft eigentlich gar nicht aber naja auf jeden fall gibt es auch So ein riesen irrgarten ist ist schon irgendwie Unheimlich wenn du in so einem ding drin sitzt und den außen einfach nicht findet bekommt man auch irgendwann panik oder bekommt ihr panik in engen räumen Ja also wenn also Wenn man da jetzt irgendwie richtig lange drin sein muss dann auf jeden fall Und wenn sie dunkel und so ein kram das ist schon nicht schön Und dann gibt es auch solche hecken aber rinnte so ich habe übrigens auch einen diamanten gefunden also ich habe jetzt schon Und der zweite sind diamanten insgesamt Ich habe schon viele im labyrinth gefahren also hast du auch zwei gefunden ich habe meine anhand ich glaube dann Haben wir alle diamanten ich habe zwei marcel hat zwei und wir haben sechs ich habe vier Ach du hast vier schon gefunden okay denn da haben wir genug haben wir achten zwei noch zwei noch zwei noch Zwei noch ich habe den ausgang hier gefunden und ich habe eine leere kiste gefunden Ach hier ist der ausgang Oh perfekt am ende das ist ja mal richtig richtig deluxe hier So wie helfen wir jetzt jassi herauszufinden siehst du unseren namen ich laufe ein stück zurück Genau warte nico wir machen immer so eine checkt Zurück 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 Nico 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 geh du ein bisschen bis wir uns nicht mehr sehen Oder bis da Ne ne genau da da Ja so jassi Ach hier geht es nicht kommt jassi kommt hier glaube ich Ich wag mich ja ganz vorsichtig nein hier geht es nicht durch hier geht es Jassi ist abgetrennt Was machen wir denn jetzt wenn Das ist ja jetzt blöd Warte ich habe den ausgang wieder gefunden Ja das ist leider die falsche Richtung Versuch dich einfach mal nochmal in unsere Richtung hier vorzukämpfen Dann wird da schon was werden Okay Okay ich glaube ich kriege es hin Gut So langsam sehen wir deinen namen schon näher kommen und ich darf den ausgang hier nicht vergesse Hier rechts Warte 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 genau hier Und hier lang Hier lang Ja perfekt am ende da sind wir Geschafft Und wie viele von den 10 dias haben wir Also ich habe vier Also ich habe zwei im Labyrinth Ja reicht aus Reicht muss reichen Ich habe übrigens drei Subly ja das Ach ja das ging ja nicht ne das sind diese Sublys Das kann sein es wurde uns ja ein ganzer Server gesendet Ich schaue nochmal nach Ah ja da war es wahrscheinlich drin Na ja Moment Er will mein Dias Schwert haben Boah ich hätte gerne überhaupt irgendein Schwert Ja ich schau mal Ah danke hast du dir noch eins Nö Das geht ja mal gar nicht Subly Sign Subly Sign ist mit drin in dem Server der uns gesendet wurde Sowas am besten nicht also das kann man auch mit Scoreboard Das ist ja kein Problem Slash Ja gibt es einfach ein Uro 30 10 313 Was werden denn jetzt die ganzen Das sind alles die ja Sachen mit 300 und Ach das waren jetzt Boots hier guck mal Die kannst du dir sozusagen alle kostenlos geben 313 Okay gut dann würde ich einfach mal sagen Machen wir das einfach mal alle Wir haben ja alle OP recht Ihr wisst wie das geht mit dem Command 310 Und dann noch zu guter letzt Aber nur die die es hier wirklich gibt Ne 2 Das ist glaube ich das Schwert Nein jetzt steht Yassi davor Danke 2 7 6 Und dann haben wir alles Perfekt Perfekt Und meine Wie ist der Level Warte mal Moment Was habe ich mir letzt Ach verdammt Ich habe mir was Falsches gegeben Upsi Ähm Und zwar ist das hier Warte mal ich glaube ich habe mir die ganze Zeit was Falsches gegeben Warte mal laufen wir nicht davor Äh ja ich habe mir sogar was komplett Falsches gegeben Hä 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 So Bane of Atropos und Knockback 2 Äh ist ja sehr erfolgreich gerade gewesen hier 300 Moment Das ist bei mir dauert das noch einen kurzen Moment Okay Weil ich mir immer das Falsche gegeben hatte Ich hatte nämlich Die Zuschauer haben es bestimmt ja gesehen So Projektil Protection ist auch ganz okay Ja Und Torns Dornen Dornen finde ich gut Weißt du was ich jetzt mal mache Ich laufe mal gegen euch gegen und gucke mal ob das geht Ich laufe nur gegen dich gegen Geh mal bitte weg Geh mal bitte weg Sollte das nicht gehen theoretisch Ja irgendwie Aber ich glaube das hilft nur gegen Monster Irgendwie So aber wir wären so weit Marcel warten wir noch kurz Moment Er vertippt So Warten wir jetzt stimmt es überhaupt gar nicht So Boah volle Rüstungspunkte habe ich Hier geht es weiter nach dem Verzauern Ja Moment Moment Also ich habe zwei Rüstungspunkte Du kannst die Lederrüstung aus dir mit dir Sachen ersetzen Das geht Also ist kein Problem wenn du möchtest So ich habe übrigens auch noch genug Essen Wer essen möchte und eine CD Muss man hier auf die Schilder drücken Nee Du musst mit dem GIF-Command arbeiten Slash, GIF, Yassi und dann die ID Genau und dann einfach die Zahl und dann nochmal wie oft also einfach eins und dann Nein nee das reicht und dann kommt immer eins automatisch Außer mann letzter Zahl dahinter kann man noch mehr machen Okay aber ich würde sagen wir machen einen kleinen Cut bis wir uns ausgerüstet haben So jetzt klicken wir auf hier geht es weiter nach dem Verzaubern Und ich bin schon da hier im gefährlichen PvP Ich bin auch da Oh das Schild steht so Jetzt dürft ihr Fackeln setzen die in der Kiste sind Überlebt es ja Okay Hier stehen gerade zu viele Menschen Ich sehe keine Fackeln in irgendeiner Kiste Doch da hinten Oh Gott also ich habe wieder ver... Oh 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 ja hier geht es los hier geht es los Moment ich stürze mich einfach mal rein Habt ihr euch den Checkpoint stellen? Nein setz den mal setz den mal Nee den musst du dir auch setzen Nein muss euch nicht Nee? Wie? Ich nehme... Ah jetzt habe ich keine Fakten mehr Hast du den Checkpoint gesetzt oder? Ich habe für mich gesetzt weil jeder muss über die Platte laufen Da ist eine Platte Achterwand... Nein komm im nächsten Raum wird es das bestimmt auch geben Der Schalter der müsste jetzt an die Tür Wir sind hier nämlich schon fertig Moment funktioniert das vielleicht... Warte äh... Nee... Ach was aufwerfen oder was? Aber der weiß doch gar nicht dass es von dir kommt Verdammt! Es liegt drauf Nee dann geht das nicht Gut der ist Marcel Jetzt der Gefährdete würde ich mal sagen Und dann geht es hier rein Oder dann macht es hier Gut ich habe einen Hebel Spawnpoint Zum Beispiel habe ich einen Haken Kannst du uns bitte ein bisschen Fackeln abgeben Die hast du alle aus der Kiste gebaut da Ja Moment Da brauchen wir auch mal ein Stückchen von Dann können wir den nämlich absetzen Und... So... Und wir brauchen noch einen Schalter oder? Ja ich habe doch zwei Ich habe doch zwei Ach guck mal hier jetzt sind die Spawnpoints alle gesetzt Perfekt Jetzt sind wir wieder Achtung geh weg Niko Ja wenn du mit der vorstehst Ich bin weg und Tür auf und rein ins Abend Oh Küper 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 Ah ich hätte meinen goldene Apfel essen sollen Goldene Apfel schnell 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 Zwei extra Herzen gibt es gerade Und... Aber es ist bei dem hier gerade Aber wir dürfen uns nicht tot machen Eine Enderperle Da lag eine Enderperle Da gut die ist weg Okay Das war es auch schon würde ich sagen Ausgang So Ähm... Ja Moment Ich muss mal schnell was essen So Irgendwo ist der Helikopter Irgendwo ist hier der Helikopter Aha Ich habe hier auch noch Essen ein bisschen Ich werfe das mal gerade in den Raum Könnt ihr euch gerne abholen Wenn ihr Interesse habt Und dann geht es jetzt auch weiter Damit der goldene Apfel nicht so gleich aufhört Okay Und weiter geht's Nächster Raum Oh Gott Hier haben wir viele Skelette Hier haben wir viele Skelette Ich habe so eine Verzauberung gegen Skelette Das läuft auch ganz gut Aber wir sind ziemlich overpowered finde ich ne Mit unseren ganzen tollen Sachen hier gerade Ja ich glaube das wäre gar nicht nötig gewesen Also das wäre... Ich habe jetzt recht schnell den Kopf gedrückt Von euch weiß ich jetzt gar nichts mehr Und dann kann ich schon mal vorlesen Das war die Adventure Map das Dorf Äh das war meine neue Adventure Map Ich hoffe sie hat euch gefallen Und das hat euch Spaß gemacht Ich fand sich war besser als die erste der Tunnel Da diese Map abwechslungsreicher war Und nicht nur Jump and Run war Würde mich über ein Feedback am Ende des Videos freuen Und stellt bitte den Link der Map in die Beschreibung Machen wir natürlich Link der Map ist in der Beschreibung Und wie hat euch denn die Map so gefallen? Also ich muss ganz ehrlich sagen Äh sie war ganz geil Also abwechslungsreich und alles also Also nicht nur Jump and Run und alles Und ja eine Story wäre vielleicht noch ganz schön gewesen Ansonsten wenn wir mal rausfliegen Sehen wir hier die verschiedenen Elemente Und äh ja hat uns auf jeden Fall gefallen Wir freuen uns auf weitere Adventure Maps Wenn du nur noch Lust hast welche zu bauen Gerne immer doch ne Und äh ja die spielen wir dann Wenn ihr uns eine Adventure Map senden wollt Dann bitte an Theminers.fnq.web.web Gibt's kein Theminers Ach warte mal Es gibt doch ein At Auf jeden Fall Link ist auch alles davon einfach unten In der Videobeschreibung Genauso wie der Kanal von Yassi Und da würde ich einfach sagen Ja hier an diesen Link mit dem Map Wenn ihr möchtet ja Dann sagen wir tschüss Bis dann danke dass ihr zugeschaut habt Und danke an Yassi fürs dabei sein Immer wieder gerne Gut bis zur nächsten Folge Oder sonst was Tschüss Tschüss